Herzlich Willkommen zur neunten Vorlesung organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an welche Chemie an Carbonsäuren, also an COH Gruppen möglich ist und wie wir aus diesen Carbonsäuren einige der stärksten Polymere weltweit herstellen können. Die funktionelle Gruppe von einer Carbonsäure wird die Carboxylgruppe genannt und mit COOH abgekürzt. In unseren Carbonsäuren haben wir darüber hinaus noch einen Alkyl- oder Arylrest, das heißt also für die Alkyl-Carbonsäuren wäre die homologe Reihe dann dementsprechend der Formel CnH2n plus 1 COOH. Bei der Positionsbezeichnung zählen wir zwar bei dem Carboxylkohlenstoff mit 1,2,3,4,5 Los, aber die Bezeichnung der Kohlenstoffe fängt mit Alpha beim zweiten Kohlenstoff an und geht dann mit Beta, Gamma, Delta und so weiter bis Omega weiter. Zur Nomenklatur nochmal ein kurzer Satz. Ja, also in diesem Fall bezeichnen wir die Carbonsäuren mit dem Alkan, also der Alkankette plus dem Anhängsel Säure, das heißt also in diesem Fall Methansäure, auch Ameisensäure genannt, da sie auch die Hauptverteidigungswaffe von Ameisen ist und tatsächlich in früheren Zeiten aus Ameisen destilliert wurde. Beispiel für Carbonsäuren haben Sie hier nochmal in der logischen homologen Reihe unserer Monokarbonsäuren. Die Ameisensäure hatten wir ja bereits angesprochen mit einer Kettenlänge von einem Kohlenstoffatom. Der Siedepunkt ist bei 101 Grad und die Ameisensäure ist auch eine starke Säure mit einem relativ niedrigen PKA-Wert. Nächst höher in der Kettenlänge haben wir die Ethansäure oder Essigsäure. Hier steigt der Siedepunkt ein wenig und wir sehen auch, dass diese Essigsäure auch weiterhin sauer ist. Ja, nicht ganz so Säure wie die Methansäure, aber trotzdem natürlich eine Säure. Bei der Propansäure oder der Propionsäure haben wir drei Kohlenstoffe innerhalb dieser Kette. Einen etwas höheren Siedepunkt wieder durch die Van der Waals-Interaktion, die wir aus der Kette heraus erhalten. An der Acidität, also an der Säure, an dem PKA-Wert, ändert sich jetzt nicht mehr so viel. Buttersäure, ja ein fürchterlicher Stinker mit vier Kohlenstoffen. Oder die Butansäure, da haben wir auch wieder einen etwas höheren Siedepunkt von 164 und einen PKA-Wert von 4,8. Erhöhen wir diese Kettenlängen immer weiter, hier zum Beispiel mit 16 Kohlenstoffen. Bei der Hexadekansäure oder Palmitinsäure sehen wir einen Abfall des Siedepunktes. Ja, hier benehmen sich diese, hier dominieren die dispersiven Interaktionen der Alkan-Ketten und die sind eben nicht so direktional wie der jetzt vergleichsweise kleine Carboxylrest. Ja, bei der Oktadekansäure oder Stearinsäure sehen wir einen ähnlichen Trend. Auch hier ist der Siedepunkt wieder bei 70 Grad, bei einer Kettenlänge von 18. Carbonsäuren können ebenfalls als Mehrfach-Carbonsäuren in ungesättigten oder aromatischen Systemen vorliegen. Hier haben Sie ein paar Beispiele, sowohl die Maleinsäure, ja, also eine Cis-Konfiguration der Carbonsäuregruppen oder der Zusammen- oder Z-Form und die Fumasäure in einer Trans-Konfiguration der Carbonsäuregruppen in der Entgegen- oder E-Form. Analog dazu haben Sie hier nochmal eine Zusammenstellung der Benzo-E-Säure, ja, mit einem aromatischen Rest, die Salicylsäure mit einer zusätzlichen OH-Gruppe hier an dem Aromaten und die Fetalsäure, bei der sich hier zwei Carbonsäuregruppen unmittelbar nebeneinander stehen haben. Ungesättigte Carbonsäuren sind insbesondere wichtig als sogenannte Fettsäuren. Ja, Fettsäuren, da sind langkettige Monokarbonsäuren mit 16 oder mehr Kohlenstoffatomen in diesen meist unverzweigten Kohlenstoffketten. Von ungesättigten Fettsäuren sprechen wir dann, wenn wir eine oder mehrere Doppelbindungen innerhalb dieser Kohlenstoffketten vorliegen haben. Ja, viele dieser mehrfach ungesättigten Fettsäuren können vom Körper auch nicht hergestellt werden, ja, werden deswegen auch als essentielle Fettsäuren bezeichnet und gelangen dann mittels Nahrungsaufnahme in den Körper. Ja, einige dieser Fettsäuren kann der Mensch auch aus essentiellen Fettsäuren selber herstellen, ja, das sind also dann semi-essentielle Fettsäuren. Hier haben wir ein paar Beispiele davon, hier zum Beispiel die Ölsäure, also das Cis-9-Oktadekensäure oder hier die Linolsäure mit zwei Doppelbindungen oder die Linolensäure mit drei Doppelbindungen, ja, die beiden hier sind auch essentielle Fettsäuren. Da die Biologie insbesondere mit unseren IUPAC-Namen nicht so viel anfangen kann, gibt es noch ein paar biochemische Kurzbezeichnungen für diese ungesättigten Fettsäuren hier und die haben sie hier, ja, das sieht zwar auch nicht gerade schöner aus, beinhaltet aber folgende Informationen. Wir haben jeweils 18 Kohlenstoffatome in dieser Fettsäure, eine Doppelbindung und diese Doppelbindung befindet sich am neunten Kohlenstoff in der Halbsackkette. Für die Linolsäure oder die Linolensäure dementsprechend 18 Kohlenstoffe, zwei Doppelbindungen und jeweils in neuner und zwölfer Position und bei der Linolensäure 18 Kohlenstoffe, drei Doppelbindungen in jeweils neuner, zwölfer und fünfzehner Position. Hier noch ein paar Beispiele von mehrfach funktionalen Carbonsäuren. Ganz links oben sehen Sie die Alpha-Hydroxy-Carbonsäure und das sind also Stoffe mit einer Carbonsäure-Gruppe und mindestens einer OH-Gruppe. Die Hydroxy-Carbonsäuren finden Sie als Alpha oder Beta oder weitere Hydroxy-Carbonsäure, insbesondere in Früchten, ja also als Apfelsäure oder Zitronensäure und so weiter. Hier eine Alpha-Keto-Carbonsäure, das ist in diesem Fall haben wir noch eine Keto-Gruppe hier drin. Die Aminosäuren haben wir bereits mehrfach angesprochen, hier jeweils als Alpha- und Beta-Aminosäure. In diesem Fall ist dann unser Amin jeweils entweder am Alpha-Kohlenstoff oder am Beta-Kohlenstoff innerhalb der Kohlenstoffkette verortet. Hier noch die Glycerinsäure oder das Glycerat oder die Gamma-Aminobuttersäure oder GABA, die Ihnen bestimmt auch mehrfach besonders in der Biologie begegnen wird. Hier haben Sie noch ein paar Beispiele von diesen Hydroxy-Carbonsäuren, die wir eben eingesprochen haben. Hier das Malat oder die Äpfelsäure, das Tartrat oder die Weinsäure, das Zitrat oder die Zitronensäure und das Iso-Zitrat oder die Iso-Zitronensäure. Alles mehrfach funktionalisierte Carbonsäuren. Schauen wir uns mal die Chemie unserer Carbonsäuren etwas genauer an. Also wie wir schon sagten, wie der Name schon suggeriert, sind das natürlich saure Substanzen. Das heißt, die können ein Proton irgendwie abgeben. Ja, so hier ist unsere Base ein Wasser. Das heißt also, Sie können hier Ihre Carbonsäure deprotonieren. Ja, das Wasser nimmt ein Proton auf und Sie erhalten ein saures Proton an Ihrem Wasser, also ein H3O plus und ein Carboxylat-Ion. Ja, also ein Carbonsäure-Anion. Dieses Carboxylat-Ion kann jetzt auch, ja, hat jetzt auch zwei Mesomere, ja, zwei Mesomere-Grenzstrukturen, in denen Sie diese negative Ladung des Carboxylats zwischen den beiden CO-Gruppen verteilen können. Und das Ganze funktioniert natürlich auch genauso andersrum. Das heißt also, die negative Ladung hier ist über das gesamte Carboxylat-Ion verteilt, ja. Dieses Carboxylat können Sie jetzt natürlich mittels Basen besonders gut bilden. Ja, das heißt, hier in diesem Fall haben wir Natriumhydroxid, eine starke Base und unsere Carbonsäure. Das heißt, Sie deprotonieren, sie deprotonieren, ähm, ähm, äh, Sie deprotonieren ihre Carbonsäure, ja, bilden also aus der Base Ihr Wasser. Und, ähm, das Natrium-Plus und das Carboxylat-Ion bilden zusammen ein Carboxylatsalz. Mittels einer stärkeren Säure, wie zum Beispiel hier der Schwefelsäure, können Sie natürlich dieses Salz reprotonieren. Das heißt, in diesem Fall erhalten Sie Ihre Carbonsäure zurück und das entsprechende Natriumsalz Ihrer Säure. Gehen wir nun von unserer Carbonsäure Richtung Carboxylat, also zu dem Anion, bekommen wir Substanzen mit teilweise gewöhnungsbedürftigen Trivialnamen. Hier nochmal eine Aufstellung der wichtigsten. Wenn wir also die Ameisensäure oder Methansäure deprotonieren, formen wir das Formiat, dieser Präfig, hier führt von dem lateinischen Namen für Ameisen her. Bei der Essigsäure oder der Ethansäure formen Sie das Acetat, von der Propionsäure oder Propansäure ausgehend formen Sie das Propionat und die Butansäure formt das Butyrat, Ölsäure, das Oleat und so weiter. Das heißt, Sie merken schon, bei der Deprotonierung unserer Säure formen wir ein Art-Äquivalent. Ja, also hier Oxalsäure, Oxalat, Phtalsäure, Phtalat und so weiter. Die Stärke des sauren Charakters oder die Azidität unserer Carbonsäure können wir beeinflussen, indem wir uns die induktiven Effekte der unmittelbar an der Carbonsäure hängenden Substituenten am Alpha-Kohlenstoff ein bisschen angucken. Hier in diesem Fall haben wir am Alpha-Kohlenstoff einen Chlor-Substituenten und Sie wissen ja, Chlor ist ein elektronegatives Element. Wir haben also einen negativen induktiven Effekt des Chloratoms. Das heißt also, wenn wir von der Essigsäure ausgehen, ja, so haben wir eine relativ starke Säure mit einem PKA-Wert von 4,8. Schauen wir uns mal die Chlor-Essigsäure an, sehen wir, aha, der PKA-Wert verringert sich auf 2,9. Ja, das heißt also, wir haben einen Elektronenzug in Richtung Chloratom, ja, wie hier abgebildet. Das heißt, ist es umso leichter, unser Proton hier abzuspalten. Bei der Trichlor-Essigsäure, ja, also mit 3 Chlorsubstituenten am Alpha-Kohlenstoff ist der Effekt besonders deutlich zu spüren. Ja, also hier haben wir ein PKA-Wert von 0,7. Trichlor-Essigsäure ist also eine sehr starke Säure. Die Position dieses Substituenten ist auch wichtig. Wie wir schon sagten, ist der Effekt nur dann besonders spürbar, wenn diese Karbonsäuregruppe auch unmittelbar, ja, diesen Substituenten sieht. Das heißt, hier haben wir die Propionsäure mit einem mit einem PKA-Wert von 4,9, hängt dieser elektronegative Substituent mit dem Minus-I-Effekt direkt am Alpha-Kohlenstoff, hier in der Alpha-Chlor-Propionsäure, haben wir einen ähnlichen Effekt wie auch bei der Essigsäure. Also der saure Charakter nimmt zu. In Beta-Position ist dieser induktive Effekt auf die Karbonsäuregruppe nicht mehr so stark zu spüren. Ja, das heißt also hier bei der Beta-Chlor-Propionsäure haben wir einen annähernd gleichen PKA-Wert wie bei der Propionsäure selbst. Unsere Karbonsäuren können auch zu einer Reaktion mit nukleophilen Reagenzien gebracht werden. Ja, also hier oben sehen Sie so ein Gleichgewicht zwischen einer Säure und einem Alkohol und die können wir jetzt verästern. Ja, Sie erinnern sich, dass hier ist unser Ester, also unsere Säuregruppe hier und unser Alkoholsubstituent hier und Wasser. Das Ganze können Sie jetzt ebenfalls auflösen. Ja, das heißt also die Spaltung eines Esters mittels Wasser ist die Hydrolyse zu einer Säure und einem Alkohol. Ja, das heißt also das allgemeine Reaktivitätsprinzip hier ist, dass wir einen nukleophilen Angriff auf dieses Kohlenstoff der Karbonsäuregruppe haben und eine Abgangsgruppe X abspalten. Allerdings, wir erinnern uns, ja, das Karboxylat-Anion selber ist natürlich für so eine, für seinen nukleophilen Angriff nicht mehr geeignet. Ja, denn hier haben Sie natürlich sehr viel Elektronendichte. Das heißt also, wenn Sie jetzt noch mehr Elektronendichte hier reinpacken wollen, wird das Ganze nicht so nicht so funktionieren. Das heißt also, ein direkter Angriff eines Nukleophils, besonders wenn er basisch ist, auf unsere Karbonsäure wird nicht passieren. Ja, in diesem Fall ist es viel wahrscheinlicher, dass die Säure hier zum Beispiel den Alkohol einfach protoniert. Das heißt also, wir müssen die Karbonsäure erst aktivieren, bevor wir einen nukleophilen Angriff auf diesen Kohlenstoff hier vornehmen können. Und das geht zum Beispiel mittels Protonierung. Ja, spielen wir das Ganze mal am Beispiel der Verästerung von Karbonsäuren durch. Das heißt, wir gucken uns diese Reaktion an. Säure plus Alkohol verästern wir zu unserem Ester und zu Wasser. Das Ganze muss in einer starken Säure passieren, also in einer stärkeren Säure, als es unsere Karbonsäure ist. Und in einem ersten Schritt haben wir die Protonierung unserer Karbonsäure. So, dann haben wir diesen Fall hier geschaffen. Ja, das heißt jetzt haben wir hier eine positive Ladung in unserem Sauerstoff und wir können jetzt auch einen nukleophilen Angriff auf dieses planare, sp2-hybridisierte Kohlenstoffatom durchführen. So, jetzt haben sie hier ihren Übergangszustand. Ja, also einen sp3-hybridisierten Kohlenstoff und können jetzt durch Protonenschift unsere neuen Alkohol-Substituenten hier deprotonieren und diese OH-Gruppe reprotonieren. Ja, das kann zum Beispiel durch ein weiteres Alkoholmolekül erfolgen oder durch ein Wasser. Endeffekt ist, dass wir diesen Protonenschift haben und hier wieder eine dieser OH-Gruppen durch Protonierung in eine gute Abgangsgruppe, nämlich unser H2O verwandeln. Ja, sie eliminieren also ihr Wasser als Abgangsgruppe und können dann auch ihren Ester in einem letzten Schritt deprotonieren und erhalten damit also die vollständige Verästerung. So eine Verästerung, wie wir sie gerade eben gesehen haben, funktioniert natürlich besonders gut, wenn sich die OH-Gruppe und die Karbonsäuregruppe in unmittelbarer Nähe voneinander befinden, nämlich innerhalb eines Moleküls. An diesem Beispiel von zyklischen Estern. Ja, das heißt, hier in diesem Fall haben wir die Gamma-Hydroxybutansäure. Ja, das heißt, sie haben hier ihre Karbonsäuregruppe und in Gamma-Position dieser Kette ihre OH-Gruppe. Das heißt, hier können Sie sich vorstellen, dass es zu einem intramolekularen Angriff auf die COOH-Gruppe auf diesen Kohlenstoff kommen kann und dass sie unter Elimination von Wasser diese Hydroxysäure verästern zu einem ringförmigen Gamma-Lakton. Analog das gleiche auch hier bei der Delta-Hydroxy-Pentansäure. Das heißt, hier haben Sie in Delta-Position ihre OH-Gruppe. Ja, der Ring ist also noch mal ein bisschen entspannter als beim Fünf-Ring. Wir haben hier ein Sechs-Ring und erzeugen dadurch durch intramolekulare Verästerung unser Delta-Lakton. Kondensieren zwei Karbonsäuregruppen miteinander unter Abspaltung von Wasser, ja, dann erhalten wir ein Karbonsäure-Anhydrid. Ja, Anhydrid, ja, wir haben also ein Wasser eliminiert. Hier sehen Sie das als Beispiel, ja, zwischen zwei Molekülen spalten wir, zumindest formell gesehen, ein Wasser ab, ja, und erhalten dadurch hier unser Karbonsäure-Anhydrid, ja. Zwischen zwei Molekülen erfordert das allerdings sehr drastische Bedingungen. Ja, darauf gehen wir noch ein bisschen genauer ein im weiteren Verlauf. Als Beispiele haben Sie hier das Essigsäure-Anhydrid oder das Az-Anhydrid, ja, hier aus Essigsäure, aus zwei Essigsäuren. Hier haben wir das Phtalsäure-Anhydrid, ja, Sie erinnern sich an die Phtalsäure von ein paar, die wir gerade vor ein paar wenigen Folien gesehen haben. Das heißt, hier hätten wir normalerweise hier zwei Karbonsäuregruppen in unmittelbarer Nähe zueinander. Das heißt, auch hier können wir zwischen diesen beiden Karbonsäuregruppen ein Wasser eliminieren und dadurch unser Phtalsäure-Anhydrid bilden. Und das gleiche haben Sie hier bei dem Molekülen-Säure-Anhydrid. Zyklische Karbonsäure-Anhydride sind also deutlich einfacher zu bilden und das sich natürlich daran, wie wir schon gerade eben erwähnt haben, weil sich diese beiden Karbonsäuregruppen in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, ja. Das heißt also, die Abspaltung von Wasser braucht immer noch relativ hohe Temperaturen, 150 Grad Celsius, ja, aber wir müssen, es müssen sich nicht mehr zwei verschiedene Spezies finden, ja, sondern nur zwei funktionelle Gruppen innerhalb eines Moleküls in der richtigen Konfiguration zueinander stehen. Hier sehen Sie das Ganze für die Maleinsäure, ja, das heißt also, hier haben wir die Karbonsäuregruppen Cis zueinander, ja, also in der Z-Konfiguration. Hier passiert das besonders leicht, aber auch bei der Fumarsäure können wir durch Heizen diese Doppelbindung innerhalb dieses komplett durchkonjugierten Systems verlagern, somit freie Rotation um diese Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung erhalten und dadurch auch die Fumarsäure von der Z-Konfiguration in die E-Konfiguration versetzen und können dann ebenfalls, ja, durch, durch Elimination von Wasser unser Maleinsäureanhydrit erhalten. Sie erinnern sich an Folie 10, ein nukleafiler Angriff an einem Carboxylat ist nicht möglich, da mussten wir die Karbonsäure mittels einer stärkeren Säure aktivieren. Bei Carbonsäureanhydriden haben wir kein saures Proton mehr in unseren COOH-Gruppen, wir haben ja das Wasser bereits eliminiert, also ist hier auch ein nukleophiler Angriff deutlich einfacher, ja, das heißt also unsere Carbonsäureanhydride können relativ leicht mit Nukleophilen durchreagieren, ja, hier zwei Beispielreaktionen, einmal mit Alkoholen, ja, in dem Fall kann unser Alkohol an einem dieser SP2-hybridisierten Kohlenstoffe direkt angreifen und wir bilden dann nach Deprotonierung unseres neuen Substituenten eine Essigsäure, ein Essigsäureester und unsere Essigsäure. Ja, das heißt, wir können uns jetzt eins der Kohlenstoffe an unserem Carbonsäureanhydrid aussuchen, ich nehme mal hier das rechte. Wir bilden dann an dem rechten Kohlenstoff unser, ja, ja, SP3-hybridisiertes, addukt, ja, und können dann dementsprechend, wenn diese negative Ladung von diesem Säurestohr wieder zurückkommt, in das System sich verlagert, ja, dann dementsprechend hier unser Carboxylat rauskicken. Das rausgekickte Carboxylat wäre dann nach der Reprotonierung unserer Essigsäure und wir hätten hier unseren Essigsäureester als Produkt. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit Wasser, ja, auch hier haben wir ein Nukleophil, das heißt also, das Wasser hat am Sauerstoff zwei Elektronenpaare zur Verfügung, die sie dann auch hier direkt an einem der Kohlenstoffe angreifen können, ja, und als Produkt erhalten sie dann zweimal die Essigsäure. Auch hier wieder in einem ersten Schritt die Addition des Wassers an unseren SP2-hybridisierten Kohlenstoff, ja, die Bildung eines SP3-hybridisierten Übergangszustands und dann die Hydrolyse unseres Carbonsäureanhydrids. Und als Produkt dementsprechend also zweimal die Essigsäure. Carbonsäureanhydrids, sowohl Zwischenmolekülen als auch Intramolekularzyklisch, können gebildet werden aus zwei Carbonsäurederivaten, ja, also hier in diesem Fall haben wir unser Natriumcarbon hier links und ein Carbonsäurechlorid, ja, das heißt also, hier haben wir jetzt zwei elektronegative Substituenten an diesem SP2-hybridisierten Kohlenstoff, einmal das Chlor und einmal den Sauerstoff, das heißt also, diese Komponente hier wird als Elektrophil reagieren. Zum anderen haben wir hier unser Carboxylat-Ion, ja, also viel Elektronendichte hier an dieser Carboxylat-Gruppe. Das wird sich als Nukleophil verhalten und jetzt können Sie auch unmittelbar einen Angriff auf dieses SP2-hybridisierte Delta-positive Kohlenstoff direkt durchführen. Das heißt, Sie bilden hier diesen Übergangszustand, ja, mit einer negativen Ladung auf einem dieser Sauerstoffe und jetzt kann diese Ladung wieder zurückkommen. Sie können also Ihre Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung neu formen und jetzt müssen Sie entscheiden, was die bessere Abgangsgruppe ist. In diesem Fall wäre es das Chlorid. Das Chlorid kann dann mit unserem Natrium-Plus als Natriumchlorid eliminiert werden, je nach Wie wir auf der letzten Folie gesehen haben, sind also Carbonsäurechloride sehr nützlich für die weitere Umsetzung von Carbonsäure-Derivaten mit Nukleophilen. Wie machen wir diese Dinger? Ja, das geht bei der Darstellung aus Carbonsäuren und weiteren anorganischen Säurechloriden. Also hier nur als Beispiel, wir nehmen eine Carbonsäure und unser Thionylchlorid, unser Sockel-2 und können daraus ein Carbonsäurechlorid formen. Ja, und als Nebenprodukte erhalten wir HCl, also unsere Salzsäure und Schwefeldioxid-Gas. Wie geht das im Detail vor sich? Sehen wir hier unten. Wir bekommen also ein Delta. Unsere Carbonsäure verhält sich als Nukleophil und greift an diesem Schwefel des Thionylchlorids dabei eliminieren wir einen der Chlorsubstituenten. Diesen Fall sehen Sie jetzt hier unten. Ja, das heißt wir haben jetzt wieder ein Chlorid, was erneut einen Angriff auf diesem Kohlenstoff, der jetzt nun von vielen Substituenten die Elektronendichte wegziehen, umgeben ist. Das was ich hier in Rot eingekreist habe, das So2, da sollte Sie von der Form her an unser CO2, also unser Kohlenstoffdioxid erinnern. Ja, also auch Schwefeldioxid ist ein Gas und wird hier eliminiert, sobald das Chlorid an diesem Kohlenstoff angegriffen hat. Ja, also als Nebenprodukt bei der Eliminierung von diesem SO2 als Gas erhalten wir noch ein weiteres Chlorid. Dieses kann jetzt unser Carbonsäurechlorid deprotonieren und wir erhalten unsere fertigen Produkte. Also insgesamt, ja, aus einer Säure und unserem Sockel 2 erhalten wir ein Säurechlorid, HCl und Schwefeldioxid. Diesen Teil müssen Sie sich merken. Aus Essigsäure erhält man also ein Acetylchlorid, ja, aus der Benzoilsäure ein Benzoylchlorid. Ja, als weitere anorganische Säurechloride zur Herstellung von Carbonsäurechloriden können Sie nicht nur das Sockel 2 verwenden, sondern auch das Phosphortrichlorid, ja, das Phosphorylchlorid oder das Phosphorpentachlorid. Ja, die alle im Prinzip Lieferanten von diesem Cl-Äquivalent sind. Bei der Umsetzung von Carbonsäuren mit Haliden erhalten wir unsere Carbonsäurehalide, ja, so wie wir auf der letzten Folie gesehen haben, bei der Umsetzung mit Chlorid bekommen wir Carbonsäurechloride. Ja, das heißt, bei der Umsetzung von Carbonsäuren mit Aminen erhalten wir Carbonsäureamide. Ja, hier sehen Sie ein paar von diesen Carbonsäureamiden. Hier ein primäres Amid, ja, das heißt, hier in diesem Fall haben wir eine NH2-Gruppe, hier ein sekundäres Amid, ja, hierbei haben wir einen weiteren Alkyl- oder Aryl-Substituenten am Stickstoff und ein tertiäres Amid mit zwei Alkyl- oder Aryl-Substituenten. Ja, als Beispiele hier noch das Methansäureamid oder das Formamid, ja, aus der Methansäureamide. Methansäure- oder Ameisensäure hergestellt. Hier das N-Methyl-Methansäureamid oder Methylformamid und das Dimethylformamid oder DMF, ja, ein gebräuchliches Lösemittel. Wie werden solche Carbonsäureamide hergestellt? Naja, formal müssten wir eigentlich nur einen nukleophilen Angriff eines Amins auf eine Carbonsäure haben, ja, und wir würden dann unter Kondensation, also unter Abspaltung von H2O, ein Carbonsäureamin bilden. Aber Sie wissen bereits, ja, so einfach wird das Ganze nicht funktionieren, wie wir vor einigen Folien besprochen haben. Das hier ist ein saures Proton, ja, das heißt also, die Carbonsäure würde das basische Amin einfach nur protonieren und die Reaktion ist tot. Ja, das heißt, wir haben hier unser Carbonyl-Ion, ja, und das ist das jetzt also als elektrophil inaktiv, denn wir haben hier diese Verteilung der negativen Ladung über diese gesamte Gruppe, wie wir schon gesehen haben. Und wir haben hier unser protoniertes Amin, ja, also das verhält sich nicht mehr nukleophil, wir haben hier kein verfügbares Stickstoff, freies Elektronenpaar mehr, ja, das ist nämlich protoniert, das heißt also, das wird sich auch nicht mehr als nukleophil verhalten. Ja, die Lösung dazu ist natürlich, wir müssen statt mit einer Carbonsäure mit einem Carbonsäurechlorid arbeiten, ja, wie man die herstellt, haben wir gerade gesehen. Easy peasy Lemon squeezy, ja, also wir haben jetzt hier unser Carbonsäurechlorid mit einem delta-positiven SB2-hybridisierten Kohlenstoff, der natürlich für eine nukleophile Substitution zur Verfügung steht. Ja, das heißt also, hier auf diese Art und Weise eliminieren sie HCl, ja, und erhalten auf diese Art und Weise auch ihr Amid. Ja, diese Reaktion läuft also ganz prima mit primären und sekundären Aminen ab. Amide können sie nicht nur mit Säurehaliden herstellen, ja, also in dem Fall, dass hier dieser X-Substituent ein Halogen wäre, ja, also ein Carbonsäurehalogenid, sondern ebenfalls, wenn das X eine andere gute Abgangsgruppe ist, ja, zum Beispiel ein Carbonsäureanhydrit. In diesem Fall ist X hier dieses Carbonsäureanhydrit und wenn sie das natürlich bei einem nukleophilen Angriff eliminieren, erhalten sie hier Carboxylat, also auch eine sehr stabile und sehr gute Abgangsgruppe. Das heißt also, der formelle Ablauf seiner Synthese wäre hier unser Carbonsäurehalogenid oder Carbonsäureanhydrit, ein nukleophiles Amin, ja, und bei der Kondensation würde unsere Abgangsgruppe protoniert werden und abgehen und wir erhielten hier unser Carbonsäureamid. Ja, Beispiele dafür sind hier die Reaktion von Acetanhydrit und Anilin, ja, hier haben wir wieder Delta-positive SP2-hybridisierte Kohlenstoffe an unserem Acetanhydrit und unser Anilin hat hier sein freies Elektronenpaar zur Verfügung. Das heißt also, sie können sich jetzt aussuchen, wo dieser Angriff jetzt stattfindet, an diesem Kohlenstoff oder an diesem Kohlenstoff und sie erhalten dann dementsprechend nach der Protonierung und Reprotonierung ihr Acetanilid und eine Essigsäure. Analog zu unseren zyklischen Estern, die wir schon vorher besprochen haben, also zu unseren Laktonen, können wir auch zyklische Carbonsäureamide bilden, also sogenannte Laktame. Ja, hier haben sie eine Aufstellung von mehreren längerkettigen Aminosäuren, ja, also Aminopropansäure, hier die Aminobuttersäure, Aminovaleriansäure und Aminokapronsäure. Und in diesen Fällen haben sie hier vorne ihre Carbonsäure und in terminaler Position ihr Amin. Das heißt, unter Abspaltung von Wasser, ja, also bei einer Kondensation erhalten sie hier ihr Beta-Laktam, aus der Aminobuttersäure ihr Gamma-Laktam, aus der Delta-Aminovaleriansäure ein Delta-Laktam und aus der Epsilon-Aminovaleriansäure ihr Epsilon-Laktam. Laktam und Imide spielen insbesondere in der Natur wichtige Rollen. Hier haben sie zum Beispiel die Glutarsäure, die sie in Zuckerrüben vorfinden. Ja, durch Aminierung erhalten sie hier Glutaimid. Ja, Derivate dieses Glutaimids sind als Medikamente im Einsatz bei der Bekämpfung von Knochenmarkerkrankungen, wie zum Beispiel dem MDS, also der Myelo-dysplastischen Symptom. Ja, hier haben sie noch ein paar Barbiturate, wie die Barbitursäure und das Schlafmittel Veronal. Oder im Gegenzug zum Aufwecken, ja, Koffein und Theobromin, auch wichtige Imide. Hier nochmal ein Beispiel von einem Laktam und zwar hier in Fett eingezeichnet, unser Beta-Laktam in Antibiotika, wie hier dem Penicillin. Ja, und natürlich können sie dann dementsprechend hier Penicillin-Derivate herstellen, indem sie hier diese R-Gruppe anders wählen. Carbonsäure-Amide bilden einige der stärksten chemischen Bindungen, die wir überhaupt machen können zwischen Monomereinheiten. Das sehen Sie insbesondere an dem Beispiel von Kevlar. Ja, Kevlar ist ein Aramid, ja, also ein aromatisches Polyamid, das auch mittels dieser Amid-Bindungen zusammenhält. Und diese Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung ist nicht so leicht zu knacken, eben weil sie Doppelbindungscharakter hat. Ja, und da sehen Sie hier in diesen mesomeren Grenzstrukturen, ja, das heißt, Sie können hier dieses freie Stickstoff-Elektronenpaar in diese Amid-Bindung verlagern. Ja, das heißt, wir wissen, das sind die mesomeren Grenzstrukturen, das heißt, die eigentliche Struktur unseres Carbonsäure-Amids liegt irgendwo dazwischen und diese Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung hat einen gewissen Doppelbindungscharakter. Das heißt, die Spaltung von solchen Carbonsäure-Amiden, die gelingt tatsächlich nur in Gegenwart von sehr starken Säuren oder Basen. Ja, das heißt also, hier haben Sie hier so ein Carbonsäure-Amid, Wasser und in Gegenwart einer starken Säure könnten Sie hier dieses erstes Carbonsäure-Amid spalten zu Ihrer Carbonsäure, ja, und einem Amin, ja, was dann wahrscheinlich auch protoniert vorliegen wird. Das Ganze funktioniert auch mit sehr starken Basen. In dem Fall hätten wir einen nukleophilen Angriff unserer Base auf diesen Kohlenstoff, diesen SP2-hybridisierten Kohlenstoff hier. Sie erhielten also Ihr Carboxylat und einen Amid. Wie eben nochmal angesprochen, ja, also die Amid-Bindung spielt auch bei synthetischen Werkstoffen eine ganz besondere Rolle hier als unsere Aramide, also aromatische Polyamide. Hier haben Sie auch so ein bisschen Hintergrund zu den Polymeren, die wir bereits kennengelernt haben. Ja, und hier zwei Beispiele von Aramiden, die ja von Dupont auch als Kevlar vermarktet werden. Ja, das heißt, Sie sehen hier immer in blau Ihre Amid-Funktionalitäten, ja, die diese Ketten zusammenhalten. Und in diesem Fall haben wir nicht nur Delokalisierung innerhalb der Amid-Bindung, sondern auch über das gesamte konjugierte System hinaus. Hier sind die funktionellen Gruppen an unseren Arylen jeweils in Paraposition. Ja, also hier haben Sie Ihr Polyparaphenylen-Tetra-Terephthalamid und hier das Polymetaphenylen-Isofthalamid. Ja, also beides aromatische Polyamide. So, dies bringt uns auch zum Ende dieser Vorlesung. Als nächstes springen wir nochmal zurück zu unseren Carbonyl-Verbindungen, also zu unseren C-Doppelbindung-O-Funktionalitäten und schauen uns an denen noch ein paar weiterführende, fortgeschrittene Reaktionen an. Unter anderem schauen wir uns auch an, ja, wie die Friedelkrafts-Azylierung vor sich geht. Sie erinnern sich, die Friedelkrafts-Alkülierung haben wir uns schon mal angeschaut. Ja, in der nächsten Vorlesung beleuchten wir also den Unterschied zu der Friedelkrafts-Azylierung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.